Hi, ich bin der Günther. Ich komme aus der neuen Bude. Willkommen zu einer neuen Folge Minecraft-Mörder zusammen mit... Wie der Video-Märme-Geräuschner-Commerce-Hangry. Ich ändere meinen Namen viel zu oft. Auf jeden Fall, das war auf jeden Fall ziemlich cool. Der hat eine Kackwurst-Bombe gestartet und dann sofort... Warte, einen Moment, in sechs Sekunden kann ich sie wieder starten. Und... Los, los. Dieses Video wird ein bisschen anders als die letzte. Dieses Video... Boom! Ich habe jetzt mal kurz leise gestellt, ich erkläre kurz was. Also, es wird wieder eine Aufnahme mit einer Stunde Mörder zocken, die besten Szenen. Genau wie wir gerade drüber gesprochen haben. Und ja, bloß diesmal ist nur die Hälfte hier mit Gomez-Lehrling. Die andere Hälfte... Leute... Slime-PVP meldet sich wieder, der lebt noch! Das ist halt auch eine Sache... Ich habe den seit Ewigkeit nicht mehr erreicht. Der sollte ja eigentlich auch bei uns mitmachen in... Flaschfisch. Er wollte aber auch irgendwo nicht. Der hatte am Anfang keine Zeit und da ist... Mir hat er geantwortet... Am Anfang... Also... Also... Okay... Ach, wobei nehmt ihr eigentlich dann auf? Welche Uhrzeit... Du stinkst so... Ah, Mann, ey! Können wir nicht sein, Mann! Irgendwie vertraue ich dir nicht... Boah, Mann! Ich kann mir keine Schaufeln kaufen, weil der Mörder sein Schwert noch nicht hat! Danke! Irgendwie habe ich das Gefühl, ich renne gleich Instagram mal! Aber ganz ehrlich... Wir haben ja letztes Mal in der Fleischfisch-Folge auch wieder über Mindereiten gesprochen... Sollten wir mal wieder waren... Ähm... Sagt es besser mal noch nicht so, worüber wir da gesprochen haben... Es kann gut sein, dass die Folge noch nicht online ist... Bis die hier online ist... Bei Fischfleisch haben wir so viel noch vorproduziert... Das ist wohl wahr... Ich weiß nicht, wann ich das alles hochladen soll... Es ist wohl wahr... Ey, ganz ehrlich... Aber die Folge finde ich auch immer richtig geil... Übrigens, ich habe jetzt angefangen, den Markt da zu bauen... Ein bisschen umzugehen... Ah, sehr schön... Hier ist bisher keiner auffällig... Ich schmeiß hier nur ein bisschen mit Schneebellen um mich... Okay... Hier fährt die Hälfte einfach auf der Seilbahn... Alter... Au, okay... Das ist eigentlich ganz cool... Hier ist so ein Schneemann mit einer Redstone-Lampe als Körper... Ah, da bist du... Ich bin nämlich auch grad bei einem Schneemann mit einer Redstone-Lampe... Bist du... Echt, du bist du... Die gibt es ja an vielen Stellen... Ist wohl wahr... Oh, hier liegt eine Leiche... Du bist doch... Du bist... Hm? Warum? Weil... Junge... Du bist da, wo die meisten von diesen Schneemännern sind... Und da liegen überall Leichen... Ich weiß... Es zerbrenne ich auch die ganze Zeit durchgehend... Das ist so seltsam... Ich trau dir nicht, Junge... Das ist seltsam... Ich wusste... Was? Was? Also ich hab nie... Ich hab nie... Ich hab nie... Egal... Es war knapp... Es war knapp... Auf jeden Fall... Als ob du das verkappt hast, Junge... Die Runde muss auf jeden Fall rein... Die Runde muss auf jeden Fall rein... Ja, Junge... Alter... Erstmal die ganze Zeit ausrasten... Und dann das Ende, Junge... Als ob der Kack Steven ihn umgebracht hat... Das war zu geil... Versuchen geil... Es war zu geil... Ja... Was tut der? Ey... Ganz ehrlich... Ich glaub der hackt... Ich glaub der hackt... Was ist... Ich glaub der hackt... Warum? Sag mal... Erpickt der? Nein, aber... Das sieht grad so richtig... Unlegit aus... Ja! Der hackt! Das ist der Alex... Der die ganze Zeit auf der Seilbahn fährt... Und der erschlägt alle... Was man halt... Da kann man halt auch nicht... Da kann man halt auch nicht... Da kann man halt zum Beispiel... Auch nicht im Chat schreiben... Ja, Steve Skin ist... Es wird jemand am Anfang schreiben... Weil ich witzig sein will... Hinter mir wurde grad einer abgemessen... Das wird mich grad ein bisschen vorsichtiger... Ähm... Ja, das war ich... Oh... Ach Scheiß... Ich bin grad an der... Pink Hair... Pink Hair Girl... Das ist die eindeutig... Ehh... Ja... Weißt's ja eh schon... Das ist die... Ja, aber ich dachte... Ich hab die Momen gespannt... Ich war nur drauf... Das ist irgendwie mit meinem Schicksal... Oh, das Gold... Ach, der hat mich einfach gekillt... Ja, ich... Das war ich... Ich stand direkt über dir... Nice... Und wir haben gewonnen... Das heißt, du warst ein Mörder... Wär aber auch mies, wenn ich's sagen würde... Ach... Was soll ich machen? Ich war mit dem Kapitän ins Raum... Alte! Alter... Der schlägt 20... Mal neben dich... Das ist grad scheiße laut, ich geh mal ein bisschen offensiver. Es leben nur noch drei, okay, ich geh doch nicht offensiv. Lol, komm zu mir, wir bleiben jetzt hier im Kapitäntraum. Wir sind zwei von drei. Ich hab fast einen Bogen. Wir müssen aufpassen, weil das hat hier ja zwei Eingänge. Ich weiß, es hat drei sogar. Okay, ich hab einen Bogen. Okay, wir haben beide einen. Es leben noch zwei. Wir sind die Letzten. Also. Ja. Ist einer von uns Mörder? Nein, wir hätten uns ja gegenseitig gekriegt. Da kommt er. Fuck. Ich hab verschossen. Er kommt außen, er kommt außen. Ja. Ich flieg. Mach das, ich bleib irgendwo hängen. Und so. Meldet. Ich. Ich sehe euch beide auf der Karte. Ich hab den Detective Bogen. Ich weiß nicht, ob ich nicht wo der Kette ist. Ich seh dich. Ich auch. So. Ich hab ihn gesehen, ich hab ihn gesehen, ich hab ihn gesehen. Das ist sau creepy. Come on, come on. Wo denn? Wir bleiben jetzt hier, wir bleiben hier, wir bleiben hier. Wenn wir jetzt ein bisschen nach uns rum gehen, sollten wir ihn vielleicht sogar sehen. Ja, da ist er. Ich hab den Detective Bogen wieder. Scheiße. Boah, du wärst fast in meinen Schuss gerannt. Ich weiß, du bist auch beschissen. Dann hätte er gewonnen. Los, renn, renn, renn. Renni, renn, renn. Ich hab ihn. Oh, geil. Geil, geil. Das muss auch in die Runde. Geil. Oh, wir hatten übrigens noch 16 Sekunden, dann hätten wir auch gewonnen. Oh, alles. Wir hätten auch so lange rennen können. Okay. Du Hurensohn. Mann, ich wollte mir einen Ackergaul holen. Okay, ich hab drei. Ich sagte ich. Ja, sag ich ja. Ich hätte es. Ach, stimmt. Mir hätte es eigentlich auch auffallen müssen, dass du Mörder bist, weil sonst hättest du mir nicht geglaubt, dass ich es mit 12% nicht bin. Ja. Ja, das Leben ist schön. Vor allem, ich war jetzt einmal Detective, diese Aufnahme. Du warst doch einmal Detective und zweimal Mörder, oder nicht? Ah, ja. Jetzt. Und du kannst dein Schwert werfen, ne? Ähm, das liegt daran, dass es aufhören muss. Ich weiß aber, in der letzten Aufnahme hat sich das von selbst immer gestoppt, das Aufnahme. Scheiße! Scheiße! Noob! Scheiße! 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 Für euch Zuschauer ist das jetzt kein Unterschied. Scheiße! Für euch Zuschauer ist das jetzt kein Unterschied. Denn, zack, die zweite Hälfte kommt auch noch in dieses Video. Gut. Tschö Leute! Aber, nehmen wir jetzt nicht auf. Falls einer nicht mehr kommt. Ja. Und, wir sehen uns im zweiten Teil mit... Geil! Hi! Zusammen mit Slime PvP. Hi! Ich bin der Günther. Ich komme aus deiner Buhne. Willkommen zum zweiten Teil der Minecraft Mörder Aufnahme. Funny Moments. Was? Diesmal alleine. Äh. Scheiße, mein Tag. Oh, scheiße! Da ist ne... Ne. Achtung! Da ist ne Missgeburt. Passt auf. Ne, jetzt nach zwei Monaten auch mal wieder mit Slime PvP. Hallo! Ehhhhhhhhh... Ja! Immer noch verhaltensgestört. Ich hab einen neuen Skin drin, wie ihr seht. Ähm... Ne, Spaß. Ah, klar. Ne, Spaß. Das ist ein Hut, den man hier haben kann. Geilen Ballrott. Leute. Ich hab einen Walrosshut gewonnen. Und Leute. Geil. Seit ich mit dem Jan gezockt hab, ist meine Mörderschance um fünf gesunken. Und ich weiß nicht warum. Das find ich auf jeden Fall sehr nice. Ich bin Mörder. Ich bin Mörder. Äh. Äh. Scheiße! Was? Na! Hahaha! Schwarz! Schwarz! Was? Du willst nicht wissen, was grad passiert ist. Ich bin grad einfach so random in ein Haus reingegangen. Da stand nur ein Typ drin. Der hat einfach so das Schwert in der Hand. Macht nix. Ich renne einfach nur noch weg. Haha! Lass dich schon. Junge. Die Szene im Video. Oh mein Gott. Ich hab geschrieben. Jetzt ist er schon wieder vor mir der Typ, ne? Hey, ich seh dich nicht da lang! Da ist der Mörder! Da ist der Mörder. Da ist der Mörder, wo du lang gehst! Hallo. Aber er zieht nicht mal sein Schwert! Was machst du mit ihm? Ich glaub ich hab er wartet, auf die perfekte den Eingang. Ich seh dich. Wo is der? Was ist los denn? Der sieht die Mörder ab! Mein Gold. Geil! Du bist in meine Schussbahn gelaufen! Ich hatte erst ein Leck und mein Pfeil ist zu spät gekommen und dann bist du in den Pfeil reingerannt. Das war nice! Ich komme auch nur, weil du so eine scheiß Rohrleitung hast, Alter. Nahtlubs 3 und so. Direkt in der ersten Runde, die ich hier mit dir aufnehme, richtig geile Situation. Der Typ ist erst scheiße und dann sind wir scheiße. Du bist scheiße, guck mal! Ich bin scheiße! Mobbing! Ich mag den nicht! Ich bin süchtig oder was? Ja! Ich bin runtergesprungen! Dein Ernst? Ey, mach du Hurt und ich wollte dich umbringen! Bist du Mörder? Jaaa! Schick mal dein Schwert, ich bin doch in deiner Perspektive! Nee, sonst sieht das noch einer! Warte! Das ist keiner Schwert! Hast du gesehen? Jaaa! Ey, das wäre so richtig lustig geworden, wenn ich gesagt habe, oh cool, ich bin Mörder! Jaaa! Und du so, er kann gar nicht mehr da sein, ich bin so... Oh Gott, meine Stimme! Ich bin im Stimmbruch Leute, deswegen... Meine Stimme war im Arsch und deswegen habe ich nie wieder mit ihm gespielt! Weil wegen dem wird meine Stimme immer hart belastet und deswegen... Hi! Scheiße! Ich hab den Ton grad von Minecraft an zum ersten Mal in meinem Leben, wie ich grad bemerke! Und warum leben schon nur noch so wenige und warum hat meine Tastatur lags? Warum hat deine Tastatur lags? Junge, was?! Ja! Der hat mich gerandom killt! Ich hatte mein Schwert nicht mal in der Hand! Jetzt weiß ich was... Also Leute, ihr habt das, glaube ich, falsch verstanden! Ich konnte nicht mehr gewinnen! Ich wollte nie mit Slime PvP aufnehmen, weil er anscheinend geistig zurückgeblieben ist! Es ist nicht so, dass er nie Zeit hat! Ich wollte so recht, dass ich hab' ich ihn gefragt und er will aufhängen, weil ich so krank bin! Aber guck mal, ich bin so ein ADHS-Kill und mit dem macht man viele Klicks! Genau! Soll ich machen? Nee! Besser nicht! Junge! Das ist das Beste mit dem Jan! Der random killt mich nicht jede scheiß Runde, wenn er einen Bogen hat! Sag mal, regnet es bei dir grad oder was? Ich hasse dich! Ja, verdient! Karma! Nein! Steve! Oh Gott! Steve! Ist ein Steve-Skin, weil ich bin Detective! Ja, es ist ein Steve-Skin! Es gibt, glaube ich, auch nur einen! Nein, es gibt... ja, es gibt nur einen, wie gesagt! Er ist der, der mehr in die Richtung pervers geht, kleiner als von mir! Was? Es ist halt ein Steve-Skin! Was ist denn daran so schwer? X-X! Und gibt es auch eh nur einen! Ja, es gibt nur einen Steve, sag ich doch die ganze Zeit! Nö! Ich seh dich! Und ich such den Steve-Skin! Ja, du bist schon... Oh! Hi! Das ist der beschissen... Das ist der beschissenste Mörder, den es jemals gegeben hat! Hm, das war aber ganz schön easy! Boah, geil! Scheiße, ich bin kurz weg! Mein Fenster ist offen! Und meine ganze Geschichte, die ich ja schon Trailer-Druck gemacht habe, liegt auf der Fensterbank! Boah, komm, ich will ein cooles Pferd! Geil! Ich hab das langsamste Pferd, das es gibt! Ey, du musst mich mal suchen! Mein Pferd ist so scheiße langsam! Ich seh dich, ich seh dich! Guck mal! Mein geiles Pferd! Hm, dein geiles Pferd, Alter! Ich bin richtig schnell! Pferd ist im Rückwärtsgang ja noch geiler als vorwärts! Der Rückwärtsgang! Er wird dahin gelöhnt! Ich mag scheiße! Ja, du scheiß klug, Alter! Ja! Ich bin sogar beim Kacken-Intellektuell! Warum kriegt mir so viele Clips gerade hin? Ich weiß es auch nicht, Junge! Eigentlich schneide ich die besten Zehen zusammen, aber das kann ich hier trotzdem folgen! Ey, ich werd... Bälle! Ich stehe hin, ich stehe hin! Wer ist es? Wow! Nice! Du hast was erreicht in deinem Leben! Hallo! Hallo! Hallöchen! Ach so, hallo! Wir sind scheiße! Hallo! Ja, der Name ist toll, stimmt! Ich wollte noch den vollen Namen vorlesen! Danke für die Erinnerung! Also, da hätten wir einmal... Da hätten wir... Da hätten wir... Ich spiele gerade mit dem, äh, guten... Äh... Ein Ment... Muss noch laden... Ähm, du kannst einfach... Schalt dir irgendwie! Du kannst... Du das? Ja, ist er! Du kannst einfach joinen, wir sind schon am zocken! Ich war einmal... Ja, nein, nein! Ich mach dich witt! Alter, ich mach dich witt! Spiel schon mit dem anderen! Abstehen wir eben versprochen! Boah, du Kanalrohr! Glücksspiel! Dann verpiss dich aus uns! Entschuldigung, ich hab nicht gedacht, dass du noch online seid! Ja, wir sind dir die ganze Zeit am zocken! Ich weiß, wer der Tech-Tipp ist! Und ich geh mich beim Glücksspiel umbringen! Ich hätt' fast denselben Fehler wie in der letzten Aufnahme gemacht! Wenn's nicht! Liebe! Was?! Spinn! Cringe hat unsichtbar Hängt bei dir! Junge! Junge! Das ist nicht dein Ernst! Der Mörder stand grad einen Block hinter dir und hat auf dich eingeschlagen, aber verfehlt, ne? Werde den nicht! Der ist voll Mörderin! Ich hab's gesehen! Mädchen, rote Kapuze, du bist tot, oder? Nee! Ja! Ja! Du hast ein Gold! Äh, ja! Man kann aber auch mehr! Wo ist die Statue? Es gibt zwei Statuen auf der Map! Ich kann das Scheiße beschreiben! Da! Direkt vor dir! Hier! Das da! Ich hab noch kein Gold! Ich werd... Ich will nicht... Kann man sie... Kann man hier nichts rocken! Du musst das Gold... Junge, du Missgeburt! Boah! Das ist wieder so ne... Das ist wieder so ne Runde wie in der Aufnahme ähm... von heute! Nur Pros! Horst! Easy! Wen? Wegen der Scheiß Balken! Wegen der Scheiß Balken! Hehehehe! Deutsch! Deutsch on point! Hehehehe! Hehehe... He he... 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 Das ist meine patentierte, ich bin Scheiße! Lache! Kennst du sie nicht! Ich kann nichts mehr mit dir zutun! Hey, lies mal den Chat! Sag mal! Junge, das ist doch... Du hackst doch! Warum? Weil du hackst! Weil mir fliegt... Ach, du bist Mörder? Ich hab 20 mal auf dich eingeschlagen! Was ist Mörder? Ja, ich stand in dir und hab die ganze Zeit geschlagen! Nein, ich wollt grad schreiben! Ich weiß! Oh Mann! Aber ja, ich hab Hexte! Mal ehrlich, ich hab so 3-4-mal auf dich eingeschlagen! Du bist einfach nicht gestorben! Scheiße! Der Detektor war ein Pro! Ey, ich muss jetzt mal auf neue Runde klicken, Alter! Nein! Also, ich hasse es, dass ich mein Kacke-Schwert nicht werfen kann! Ja, wir... Jetzt wird er! Alter! Die tolle Szene so ganz, ganz früh in einer der ersten Aufnahmen! So richtig schlau! Du so... Ja, du bist doch eh Mörder! Nee, nee, du bist nicht! Glaub dir nicht! Und dann dein Vorschlag, dass wir uns beide in der Ecke stellen! Das ist richtig wahrscheinlich für dich! Ich! Genauso wie für mich, wie ich grade merke! Oh, locker bist du's! Ja, genau! Wahrscheinlich bist du, wenn du schon sagst, locker bist du! Hier vertraue ich mich! Warte, komm, wir bleiben zusammen stehen, bis jemand stirbt, ja? Können wir machen! Stell mich hier hinten bei so nem Holz! Denk hinter das Stroh! Dann sieht er mal damit nicht! Hier! Ich bin's nicht! Dann komm! Ah, klar! Warum? Komm, los, mein bester Freund! Pimmel.pimmel.pimmel2010.gmail.com Mein Gott, das ist unspaar, unspaar! So, jetzt mach ich was Tolles für die Zuschauer! Ich lasse die Aufnahme sich einfach währenddessen komplett dumm rumdrehen, damit sie Augenkrebs bekommen! Hi! So, das sah toll aus! Nächste Runde! Echt jetzt! Das ist dieser Typ da, der den Pferd hinterher sagt! Kenn ich! Oh, cool! Ja, ich weiß! Carly! Also, ich muss sagen, diese Statue ist toll! Ich werd von drei Spinnen verfolgt! Oh, cool! Wenn ich stillstehe, bekomm ich Schaden! Oh, cool! Jetzt kann ich nix mehr in den Chat schreiben! Ah! Jetzt ist mein Store-Bot an der Seite kaputt! Hunger bekommen! Kann man auch Gold gewinnen oder sowas? Man kann zum Beispiel einen Bogen bekommen, man kann auch kriegen, dass man für jedes aufgesammelte Gold 3 kriegt! Ich kann jetzt gar kein Gold mehr aufsammeln! Ich mag diese Statue echt gerne! Ich hab noch ein Gold! Nächste drei Spinnen! Und mein Robot ist kaputt! Kaputt! Ich kann nix mehr bekommen, weil mein Inventar voll mit Spinnnetzen ist! Soll ich das davor war? Soll ich das davor war? Der war da in diesem Lüftungsschacht! Okay! Meine Chance ist ziemlich hoch! Meiner ist drei Mörder und elf Detective! Detective war bei mir halt auch richtig hoch! Wäre aber auch zu schön! Ja, ich bin auch kein! Ja! Du bist Mörder! Ich spiele auch irgendwie, du bist Mörder! Du bist doch eh Mörder! Aber irgendwie du bist Mörder! Deja vu, lol! Ich Mörder! Die Szene hatten wir doch schon einmal! Dann haben wir uns beide in eine Ecke gestellt! Und dann warst du tot! Wer ist dann wohl Mörder? Du! Glücksspiel, Glücksspiel, Glücksspiel! Echt Glücksspiel? Gute Idee! Ah, ah! Ja! Nein! Oh mein Gott! Ich bin nur ins Lava-Jabben rausgebrochen! Okay! Ah, Scheiß! Herr, wer ist eigentlich Mörder? Eigentlich besser! Herr, ich weiß es nicht! Gut, da muss es wohl! It's a bear! Wow! Alter, als ob ich so scheiße gepixelt habe! Der Detective stand da gerade einfach AFK rum, will ich nochmal anmerken! Guck mal! Als ob! Der hat gerade gesagt, dass du ein Bär bist! Ein Bärenskind! Ja, du bist halt scheiße! Ich kann nicht reden! So scheiße habe ich jetzt auch nicht gepixelt! Hallo? Ich hab... Ich hab... Bitte stimm mal den Sammel! Ja! Was soll ich machen? Man sieht das in der Aufnahme hoffentlich! Das ist genau wie bei dir vorhin! Das ist verrückt, ey! Ähm... 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 So ein Mädchen... So ist Alex Körper Mädchenkopf! Statuenzeit! Ich hab was an die Statue gespendet! Oh, geil! Ich kann jetzt schon kein Gold mehr aufsammeln! Jetzt habe ich mein letztes, das ich haben kann, gespendet! Ich mag diese Statue! Ich... Ich... Ich hab jetzt erstmal 5, ähm... Gold gespart und... Jetzt... Jetzt krieg ich... Jetzt krieg ich gar nichts für mein Gold! Ich hab gar nichts für mein Gold bekommen! Ich will kein Spam kriegen! Das krieg ich nämlich nicht! Ah doch! Ah ja! Dein Geschenk! Ich hab 8 Leben! 8 Leben! Geld ist Leben! Ich hab 8 Geld! Also hab ich 8 Leben! Ich hab 9 Leben! Was war das schon wieder? Ich hab 8 Leben! Ich hab 8 Leben! Ich hab 8 Leben! Einmal so auf sich! Aussage des Jahres! Ich hab 8 Leben! Ich hab 8 Leben! Schade! Dann war schon! Ich hab gedacht du wärst! Nee! Ich war nur der Typ, der die random kills hat! Ah! Junge! Wenn ich jetzt nicht detective werde, Rage quitte ich diese Scheißrunde! Runde. Bitte nicht, ich will die Retekte. Wenn ich Retekte werde, ne? Nein! Du weißt jetzt schon, dass du es nicht bist. Ich habe die Party verlassen, richtig? Hast du Rage? Ich weiß, ich bin vom Server. Warum? Ich sagte, ich Rage quitte, wenn ich es nicht werde. Oh Gott. Elf habe ich. Wenn ich jetzt nicht detektiv werde. Ich habe 8%. Ich habe 16. Das ist gar nicht viel, ich weiß. Oh Gott. War so ein Noob. Komm. Nein, sei doch nicht so scheiße. Junge, in der letzten Folge hatte ich die Noobs. Aber jetzt hast du die Noobs. Jetzt hört der Spaß aus. Kopf-Auf-Tisch-Platte, yay. Ich mache schon mal meinen Kopf-Auf-Tisch-Platte bereit. Also, ich möchte notieren, dass ich das langsam nicht mehr lustig finde. Aber warum klickst du auch deinen Kopf auf den Tisch hin? Nein, ich meine, dass ich mit 10 und 13 immer noch inno bin. Das kenne ich. Geil. Ich muss Praise-Carly alle 20 Sekunden in den Chat schreiben oder ich bin tot. Mir ist 1 und 5. dann Kopf-Auf-Tisch-Platte. Ja, Gott. Ich weiß, dass meine Lache scheiße ist. Komm jetzt, vielleicht kriege ich jetzt... Ja, geh ich auch hin. Ich hab Proben bekommen. Ich hasse deine Familie. Ausnahmsweise bitte mal mich random killen. Ich bin jetzt Hekte. Oha, ich hab was Gutes bekommen. Fick dich. Ich hasse deine Familie. Ich werde herausfinden, wo du wohnst und dich umbringen. Bist du noch da? Ja, ich bin noch da. Ich bin depressiv. Schade. Das ist ein sehr toller Abschluss, muss ich sagen. Ich werde endlich mal Detektiv bekommen. Endlich was Gutes von der Statue. Eine Sekunde später bin ich tot. Ey, da ist es... Cool. Ich auch. Dann war's das mit dieser Locknahme. Insgesamt habe ich jetzt eineinhalb Stunden zum Schneiden diesmal. Das wird toll. Yay. Aufspielchen. Bis zu einem anderen Video. Ciao. Und ich bin depressiv. Bitte tötet mich. Kopf auf Tischplatte. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Das war's. Tschüss. Die finden abfall weiter in den vaccinen. Ich bin echt些 und liebe. Und der die meine Damen�lleωung war wirklich.